So, da bin ich. Herzlichen Glückwunsch. Viel schon gewartet. Entschuldigung, das Schreien von L. Noch ein Laptop mit dabei. Zwölf Minuten zu spät, ja, es hat lange gedauert. Damals gab es ja kein Handy. Jetzt sitzen alle hier mit ihrem Handy im Studio, fummeln da rum, da könntest du das Ding nehmen. Heute gibt es den ersten Livestream aus dem Fitnessstudio. Langweilig. Personal Trainer dabei. Dominik. Ich denke mir halt immer, was hat der für eine Erfahrung, um sowas anbieten zu können. Dann haben wir noch Alex dabei, der hält das Handy, macht Kameramann und liest den Chat vor. Toll, hört schon Glückwunsch, ja, jetzt verpiss dich. Und das sind ja meine Freunde jetzt auch noch mit am Start. Wir befinden uns ja gerade in der 12-Wochen-Fitness-Challenge. Jetzt haben wir die Schultern. Was? Was ist mit Bullshit? Es wird so viel Scheiße erzählt, dass wir das überhaupt nicht viel Ernst nennen können. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist schwierig. Die Supraspinato-Szene erstmal fünf welche Minute aufwärmen, um dann Frenchpress mit dreieinhalb Kilo pro Salze zu drücken. Wer ist jetzt der Star und wer ist der... Machen wir das Spiel. Ähm, meins. Macht euch doch nicht unnötig die Zeit kaputt, die ihr im Studio effektiv nutzen könnt. Der Fett ist... Da müssen wir wieder zu den Wurzeln zurückkommen, was Muskelaufbau betrifft. Und nicht alles so verkomplizieren und alles so hip sein. Alles amerikanischer Scheißdreck. Jetzt gehen wir mal schön um. Das Blubberkabel nach vorne. Hier zusammen? Ja. Und jetzt? Alter, ich bin so genervt. Der geht mir so auf den Sack. Größer an Karl. Ja, also da kann ich wirklich nur sagen, lächerlich. Würde ich überhaupt nicht drauf hören, auf so einen Quatsch. Bedarf mit schwerem Gewicht, den ich brauche fürs Wachstum. Mit die Laserschwer. Das macht den Muskel gar nichts. Da lacht er sich kaputt. Frisch ein bisschen. Und... Absetzen. Sehr, sehr gut. Sieht super aus. Gelb oben, es leicht vorne. Auch gerade für deine Verletzungen. Das Tor ist sehr gut aus. Ab nächstes zu meckern. Sehr nice. Nice. Very nice. Sehr schön. Sehr nice. Nicht stabil. Wer nice sagt, muss sofort Hand aus der Kamera kommen. Zack, wieder einer. Nice, bitch. Nicht schnell, leider. Speichert. Das macht mich schon ein bisschen geil jetzt, weißt du? Ja, das nochmal liegen, das ist immer ein Ding. Geht auch ins Gewicht und arbeite. Wir wollen doch alle eins. Muskeln. Drei. Das ist eine top Ausschufung. Vier. Also wenn du etwas anders sagst, dann würde mich das wundern. Brutale Athleten, Fleisch ohne Ende. Feedback, Ausführung, Seiteheben, finde ich gut. Kameran zu lassen, alles gut. Sie tun aus. Ich will mal eins erzählen, oder was so meine Meinung ist. Es gibt Leute, die können vor der Kamera sprechen, und es gibt Leute, die halten besser die Schnauze. Bitte die Boys an den Trainer sagen, er macht einen guten Job. Also du hast einen super Trainer und auch seithin gut erklärt. Alles gut. Good Job, Buddy. Benni! Hau nochmal schön den Link in den Chat, Boys. Benni, du bist ein toller Typ. Sehr nice, dass das so läuft. Das hört man doch gerne als unser Lieblings-Hitsens-Youtuber, dass man als Trainer alles richtig macht. Benni, du sollst mal deine Adresse hier in den Chat schreiben, dann kriegst du eine Rose geschickt. Ansonsten hier unter der Brust ein bisschen weniger schmeckt. Aber der Bauch, das wird, das wird glaube ich mehr als eine 12-Woche-Challenge, den Bauch zu erzählen. Aus dieser Sicht ist mein Tipp scheiß. Auf dich Technik. Der Bodybuilder, der maximale Muskelmasse haben will, der muss schwer trainieren. Bums, Ausdruck.